Hallo, ich bin Audio-Traveler Henry Barchett und in dieser Episode besuchen wir das Gesundheitszentrum Königshof Health & View in Oberstaufen. Treffen Sie mit mir dort die Ärztin Dr. Mirja Effing. Funktionelle Medizin ist Ursachenmedizin. Das heißt, wir fragen immer nach dem Warum. Warum ist jemand krank? Und wir geben eben im Vergleich zur normalen Schulmedizin nicht einfach das Mittel, um das Ganze zu lindern, sondern wir versuchen herauszufinden, warum hat er das bekommen und wie können wir es an der Ursache wieder beheben. General Manager Uwe Geiser stellt das Königshof Frisor vor. Die Hotels liegen am Beginn des tiefen Allgäus auf 900 Metern Höhe mit Blick auf den Hochgrad. Es ist definitiv voralpin und es ist wirklich auch eine Landschaft ideal für eine Auszeit. Man hat Berge, man hat Seen, man hat Wasserfälle und hat hier wirklich Zeit und Kraft, neue Inspirationen zu sammeln. Barbara Geisler von der Oberstaufen Tourismus und Marketing GmbH hat festgestellt, dass Gesundheitsaufenthalte für jüngere Personengruppen immer wichtiger werden. Das heißt, kein Handy, kein Radio, kein Fernsehen und da sind die Leute einfach mit sich selber beschäftigt. Das ist manchmal für Leute auch ein bisschen schwierig, mit sich selber klar zu kommen, aber auch wissen, ah, jetzt weiß ich, ich gehe links, ich gehe rechts oder ich nehme den Job an oder ich nehme den Job an. Und das hilft den jungen Leuten ungemein. Und Küchenchef Peter Helmle erklärt, welche Rolle die Ernährung bei einem Gesundheitsurlaub spielt. Die Grundprinzipien sind eigentlich fettlos und natürlich salzarm, das ist auch sehr wichtig und nur frische Produkte. Und das ist eigentlich das Prinzip hier von einem Gesundheitszentrum, dass wir frische Produkte schonend zubereiten und die sind der Gesundheit sehr zuträglich. Kommen Sie mit mir auf Gesundheitsreise nach Oberstaufen. Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Burnout, Neurostress, chronische Belastung, die Folgen von Long-Covid. Es sind die unterschiedlichsten Krankheitsbilder, unter denen viele heute leiden. Andere wollen vorsorgen, dass sie gar nicht erst krank werden. Beiden Personengruppen will man im Königshof Health & View in Oberstaufen helfen. Zum einen bietet das Haus alle Annehmlichkeiten eines Hotels, aber auch die Angebote eines Sanatoriums ohne Krankenhausatmosphäre. Zum Beginn eines Aufenthalts gehört ein Gespräch mit der Ärztin Dr. Mirja Effing, die herausfinden will, unter welcher Art von Stress ein Gast leidet. Also wir haben das sogenannte autonome Nervensystem. Das bedeutet, das Nervensystem können wir nicht bewusst kontrollieren. Und das autonome Nervensystem arbeitet vor allem ganz stark im Stress. Stress war in der Steinzeit immer Gefahr. Das heißt, der Säbelzahntiger kommt und wir müssen uns entscheiden, Kampf oder Flucht oder Erstarren. Was meistens beim Säbelzahntiger nicht gut geklappt hat, eher bei der Schlange. Aber eins von diesen Prinzipien mussten wir machen. Das heißt, wir mussten uns bewegen. Wir mussten davonlaufen. Wir mussten kämpfen. Und wenn wir es überlebt haben, dann konnten wir in den Parasympathikus, das heißt in die Entspannung gehen, am Lagerfeuer sitzen, Geschichten erzählen, Energie wieder auftanken. Und der große Unterschied zu heute, und das macht eben so viele Menschen krank, ist, dass wir den Stress nicht mehr in Bewegung umsetzen. Das heißt, der heutige Stress ist ein ganz anderer wie der Stress in der Steinzeit. In der Steinzeit war immer Stress an Bewegung gekoppelt. Und wir haben den, ich nenne das immer Sitzstress. Das heißt, ich sitze an meinem Schreibtisch, auch ich als Ärztin, habe die ganzen Patienten rein, raus, habe Druck, Warteliste wird immer voller. Aber ich bewege mich nicht. Und das führt dann zu vielen Krankheitsbildern, die wir auch eigentlich oft als metabolisches Syndrom oder als Volkskrankheiten bezeichnen. Was machen wir im Stress? Im Stress spannen wir die Muskeln an. Im Stress geht der Blutdruck hoch, weil wir müssen kämpfen. Im Stress wird Zucker ausgeschüttet, weil wir brauchen Energie. Im Stress versagt die Verdauung. Und das sind genau die Erkrankungen, die dann entstehen. Durch den Bluthochdruck, durch die Muskelverspannungen auf die chronischen Rückenschmerzen, durch die Verdauungsprobleme, das sogenannte Reizdarmsyndrom und durch die erhöhte Zuckerausschüttung der Diabetes. Schlagwort ist da Burnout. Ist Burnout dann im Prinzip eine Zusammenfassung dieser Volkskrankheiten, die Sie eben erwähnt haben? Oder ist das tatsächlich ein neues Phänomen? Es ist in dem Sinne wirklich ein Phänomen, dass wir das ja auch noch gar nicht, wenn wir jetzt die Geschichte angucken, so lange haben, dass so viele Menschen diesen Sitzstress haben. Das heißt, unsere ganzen Manager, alle in diesen Führungsetagen, die haben ja, die kämpfen den ganzen Tag mit dem Säbelzahntiger, aber bewegen sich kein bisschen oder nur bis zur Kaffeemaschine und wieder zurück. Die haben permanent diesen Sitzstress. Und wir definieren dann Burnout in vier verschiedenen Stadien. Die Anfangsstadien sind die, wo der Sympathikus, also dieser Stressmodus des vegetativen Nervensystems, sehr hoch ist. Das ist dann Burnout Grad 1 und 2. Können wir dann auch messen durch die Herzratenvariabilität. Das heißt, der Patient fühlt sich komplett müde, aber ist innerlich komplett angespannt. Also wir sagen dazu oft, tired but wired. Ganz angespannt, aber müde. Und wenn man das immer noch weitermacht und immer noch weitergeht, dann kommt man irgendwann in diesen Grad 3 bis 4, wo alles absackt und man dann im kompletten Burnout ist. Da ist der Sympathikus runtergefahren und der Parasympathikus komplett hoch und man kommt morgens nicht mehr aus dem Bett raus. Und gleitet dann in einer Art Depression ab? Ja, das ist dann oft mit dabei, dass es auch depressiv wird. Die Frage ist immer, was ist die Ursache? Es gibt ja sogar Fragebögen, die wir auch manchmal den Patienten vorlegen, um zu unterscheiden, hat der jetzt ein Burnout oder eine Depression? Auch das kann man ganz gut unterscheiden. Und wichtig ist auch zu unterscheiden, ist es jetzt nur ein Burnout durch zu viel Stress oder kommen noch andere Kofaktoren dazu? Ist da eine Silent Inflammation? Auch Depression hängt ja ganz oft mit Entzündung zusammen. Durch Entzündung kann Serotonin nicht mehr so viel gebildet werden, unser Glückshormon. Auch da müssen wir wieder dann ganz genau hinschauen. Ist es jetzt wirklich eine Depression wegen einem Trauma in Kombination mit zu viel Stress? Ist es einfach zu viel Stress oder gibt es noch andere Kofaktoren, die das Ganze begünstigen? Ist dann das Schlagwort Burn-on gefragt, wenn die Leute hier noch rüber staufen kommen, zu Ihnen kommen, um wieder zu brennen? Ja, genau das ist es. Aber wenn sie brennen wollen, dann müssen sie ganz langsam. Man muss das Feuer ganz, ganz langsam anzünden. Man darf nicht zu viel machen. Da muss man auch ganz oft die Leute bremsen, weil wenn sie gerade rauskommen aus ihrer Arbeit in dieser wunderschönen Umgebung hier in Oberstaufen sind, dann wollen sie sofort die Berge hochjagen. Und genau das dürfen sie da nicht. Die müssen ganz langsam anfangen, Schritt für Schritt wieder in die Aktivität kommen, so wie es der Körper, die Mitochondrien, die Kraftwerke unserer Zellen auch hinschaffen. Und da versuchen wir, sie dann langsam hinzubekommen. Wir versuchen erst mal zu messen, was ist los, in welchem Stadium ist derjenige, wie sind die Blutwerte. Und dann bekommt derjenige ein Programm, um ihn langsam wieder sozusagen das Feuer zu entfachten. Und das machen Sie in dem Health Resort hier in Oberstaufen. Da führen Sie die Leute wieder ran, führen Sie sozusagen wieder ins normale Leben zurück? Ja, das ist der Sinn. Also mein höchstes Ziel ist, oder was mein persönliches Ziel ist bei jedem Patienten, der kommt, ich möchte dem Patienten die Methoden an die Hand geben, sodass er sich selber gesund machen kann. Ich möchte nicht einen Patienten, der abhängig davon ist, immer viele Vitamin C-Infusionen zu kriegen und das und das und 20 Pillchen zu schlucken bis ans Ende seines Lebens, sondern der Patient soll lernen, wieder selbst in die eigene Kraft zu kommen und ins Leben wieder zurückzukommen. Und dafür haben wir eben ein super Team, wir haben auch einen Psychotherapeuten mit, weil manchmal gibt es eben noch andere Hindernisse auf dem Weg. Und das können die Leute zu Hause weitermachen. Das ist total einfach, da braucht man gar nichts dafür. Wie wichtig ist die Umgebung, in der das Ganze stattfindet? Also wie wichtig ist Oberstaufen der Standort für dieses Health Resort, für diese Therapie, die Sie den Patienten geben? Sehr wichtig, weil wir können nicht im Stress heilen, egal was wir tun, egal welche Krankheit wir haben, wir können nicht in der Anspannung heilen. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Resort in eine Großstadt stelle, wo überall Autos fahren und viel Aktivität ist, da kommt man nicht runter. Ganz wichtig für den Heilungsprozess, was auch immer es ist, ist die schöne Umgebung, das Umfeld, die Berge, die Natur und auch dieses Alleine sein können in der Natur. Deswegen auch ganz wichtig, dass wir dieses Resort haben. Da ist kein Abendprogramm, das kann man sich nicht vorstellen wie in einem anderen Hotel. Da ist wirklich nichts los, da geht es um die Regeneration bei sich zu sein, zu sich zu finden, in die Berge zu gehen oder auch einfach nur auf der Liege zu liegen und zu entspannen. Das heißt also eine Reise zu sich, nicht nur eine Reise nach Oberstaufen, sondern auch eine Reise zu sich, in sich hinein? Ja, das ist das Allerwichtigste. Und oft sagen die Patienten dann auch nach drei Wochen zu mir, so, das und das und das muss ich jetzt aber in meinem Leben ändern, damit ich nicht wieder in die gleichen Muster falle. Im Endeffekt ist das ganz Besondere eigentlich hier diese Reise zu sich. Dadurch, dass so wenig Programm drumherum ist, haben die Patienten wirklich viel Zeit mit sich. Klar, man hat den Austausch, man kann auch mal mit anderen reden, aber man ist ganz viel einfach mit sich. Wie zufrieden sind Sie, wenn der Patient Sie verlässt? Wie muss er sich von Ihnen verabschieden, dass Sie sagen, da hat wirklich was gewirkt? Er muss nicht gesund sein, weil wenn jemand eine Erkrankung schon zehn Jahre hat, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass nach drei Wochen alles besser wird. Auch ein Burnout-Patient wird nach drei Wochen nicht gesund sein. Ein richtiges Burnout dauert lange. Da braucht man auch manchmal ein halbes Jahr, bis das alles wieder passt. Aber wenn ich den Patienten beim Abschlussgespräch sehe und er strahlt und sagt, es war so gut, ich bin so zu mir gekommen, ich habe so auftanken können und diese und diese und diese Symptome sind weg und jetzt gehe ich nach Hause und dann kann ich es dort fortsetzen und das werde ich ändern in meinem Leben, dann freue ich mich. Wie wichtig die Umgebung für die Gäste ist, stellt auch Uwe Geiser, der General Manager des Königshof Hotel Resorts fest, zu dem das Health & View gehört. Es gibt da durchaus auch Situationen von der Depression angefangen, sage ich mal, Angstzustände und tatsächlich auch Belastungszustände durch den Alltag. Menschen, die einfach auch wirklich ihre Ruhe sich selbst suchen eigentlich im Grunde und auch die Ruhe somit auch sich erarbeiten müssen, auch mithilfe von Therapeuten und einem Ärzteteam, sowie auch der tollen Landschaft. Eben Blick auf den Hochgrad, die schöne Sonne und Schnee, Berge, die Luft. Tatsächlich wirken zusammen natürlich, dass dieser Platz sehr einzigartig ist, tatsächlich zum Regenerieren. Für Geiser unterscheidet sich ein Gesundheitsurlaub durch zahlreiche Faktoren gegenüber einem klassischen Ferienaufenthalt. Ich denke, die Kombination, dass hier der Geist angesprochen wird, auch über das Intellektuelle, welches angeboten wird, beispielsweise über Musik, welche man hören kann, natürlich aber auch die emotionalen Empfindungen, sowie auch die körperlichen Empfindungen gleichzeitig auch angesprochen werden. Also das heißt, sowie tatsächlich auch Therapeuten, die zur Verfügung stehen vom Osteopathen über den Physiotherapeuten. Und der Mix dabei ist das Entscheidende und der Mix ist sehr individuell. Eine wichtige Rolle spielen bei dem Konzept eines Gesundheitszentrums die Mitarbeiter. Es ist natürlich auch ein bisschen etwas Neues, ein Gesundheitszentrum eben. Und die Herausforderung tatsächlich besteht im Mix und in Individualität, somit auch im Background des Mitarbeiters. Denn nur ärztliches Personal ist auch nicht ausreichend und gleichzeitig nur Service- oder Dienstleistungspersonal auch nicht. Also es ist der Mix, der es auch wieder hier macht und somit auch die Einzigartigkeit am Ende des Tages hervorbringt. Ganz besonders gefordert sind zum Beispiel die Mitarbeiter in der Küche. Der Gast will gesund essen und gleichzeitig soll es auch schmecken. Diesen Herausforderungen stellt sich Küchenchef Peter Helmler. Die Grundprinzipien sind eigentlich fettlos und wenn bei Basica nur ungesättigte Fettsäuren, sprich Öle und natürlich salzarm, das ist auch sehr wichtig, und nur frische Produkte. Wir kochen alles frisch, wir haben nur frische Gemüse. Und das ist eigentlich das Prinzip hier von einem Gesundheitszentrum, dass wir frische Produkte schonend zubereiten und die sind der Gesundheit sehr zuträglich. Auf Helm des Speisekrates stehen daher viele Gemüse- und Getreidevarianten. Heute Mittag hat es die Auswahl gegeben, zum Beispiel auch Reisburger, habe ich das genannt. Das waren so zwei Reisplätzchen mit Gemüse zwischendrin und ein bisschen eine Tomatensauce. Und das ist alles sehr geschmackvoll und sieht auch anspruchsvoll aus. Und man sieht überhaupt nicht, dass man wirklich gesund ist, aber trotzdem ist es sehr, sehr gesund. Standen früher für Kur- und Sanatoriumsaufenthalte eher ältere Gäste an der Rezeption, so ist heutzutage der Altersschnitt gesunken, so Barbara Geißler von der Oberstaufen Tourismus- und Marketing GmbH. Viele junge Leute wissen gar nicht mehr, links oder rechts gehen, vielleicht vom Job ein bisschen viel zu viel Druck. Und durch die Schrohkur hat man einfach so viel Zeit, mit sich selber zu beschäftigen. Das heißt, kein Handy, kein Radio, kein Fernsehen und da sind die Leute einfach mit sich selber beschäftigt. Und das ist manchmal für Leute auch ein bisschen schwierig, mit sich selber klarzukommen, aber auch wissen, ah, jetzt weiß ich, ich gehe links, ich gehe rechts oder ich nehme den Job an oder ich nehme den Job an. Und das hilft den jungen Leuten ungemein. Egal ob jung oder alt. Für Uwe Geißler gibt es eindeutige Indizien, ob einem Gast der Aufenthalt genutzt hat. Es gibt wirklich Menschen, die rausgehen, die strahlen wieder tatsächlich, sind erstrahlt, erkräftet und gehen positiver ins Leben wie zuvor. Vielen Dank, dass Sie mich auf meiner Reise nach Oberstaufen begleitet haben. Wenn Sie eine Fahrt ins Allgäu planen, dann wünsche ich Ihnen gute Reise und bleiben Sie oder noch besser, werden Sie gesund bei Ihrem Aufenthalt. Sie hörten eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchet. Alle Episoden der Audio-Travels hören Sie auf iHeart Radio, Spotify, Amazon Music, Samsung Podcasts, Apple Podcasts und auf mehr als 30 Streaming-Plattformen weltweit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017